Freunde, im heutigen Video verbessern wir endlich mal wieder einen Account von einem Abonnenten. Lange ist es her, dass ich so ein Video gemacht habe, aber ich wollte heute jemanden von euch da draußen wieder glücklich machen. Und Tommy hat mir geschrieben, dass er nicht mal die Weekend League Quali schafft und deswegen dachte ich mir, komm, ich übernehme das Ganze und mach das Ding fertig. Wir werden wieder FC Points aufladen, wir werden wieder Weekend League zocken und wir werden wieder SBCs abschließen. Und Tommy wird sein Account nicht mehr wiedererkennen, das verspreche ich euch. Wenn ich auch euren Account verbessern soll, dann lasst gerne ein Like da, 5000 Likes will ich hier auf diesem Video sehen. Gerne auch kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und ich verbessere natürlich nur Accounts von Abonnenten, also ihr müsst sowieso abonnieren. Und jetzt schauen wir uns den Account von Tommy an, er hat 43.907 Münzen, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, aber das ist jetzt nicht viel. Ihr seht, die Make Your Mark Karten sind draußen und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Team von Tommy an. Was hat er für ein Team? Ja, okay, das ist klar, dass er damit nicht mal die Weekend League Quali schafft. Also, er hat Grimaldo, hat er den gezogen? Ja, Mann, willkommen im Grimaldo-Club, Bro, das ist nicht schlecht. Er hat sonst nichts richtig krasses, außer Richarlison, das ist, glaube ich, eine Evo, oder? Ja, Mann, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Evo mit 5-5, aber alle anderen Spieler kann man auf jeden Fall verbessern. Ich sehe noch einen Oblak auf der Bank. Bro, guck mal, wie viel Pech er hat, er zieht sogar Oblak aus diesem Leihpack. Da habe ich Petri beispielsweise rausgezogen und Petri hat mittlerweile schon ein 97er-Rating, weil Spanien gewonnen hat. Hat der Mann irgendwas im Verein, irgendwie ein bisschen SBC-Futter oder Sonstiges, sieht nicht danach aus. Obwohl so ein paar 86er, 85er-Karten sind am Start, kann man auch mit arbeiten, aber für den Rest werden wir jetzt sorgen. Sein Team heißt See You Later, habe ich gerade erst gesehen, wie geil. Schauen wir mal in die Weekend League rein. Hat der ehrlich ein Quali-Spiel verkackt? Ja, ein Spiel gespielt, eins verloren. Geil, Bro. Um das Team bestmöglich zu verbessern, müssen wir natürlich diese ganzen Promo-Packs hier ziehen. Und um diese Promo-Packs zu ziehen, müssen wir natürlich was machen? Auf meinen Nacken FC-Points aufladen. Und das mache ich jetzt. Ein Hunderter geht schon mal, oder? 12.000 FC-Points sind drauf und ich sehe gerade diese 650 K-Packs. Die werden wir heute auch noch ziehen. 4.000 FC-Points pro Pack. Aber wir fangen erst mal locker an mit, glaube ich, diesen 400 K-Packs. 5 87er-Karten sind da drin. Gehen wir rein und wir sehen direkt die erste Promo-Karte. Ich hole das Pack-Lack auf den Account von Tommy. Manchester City. Wir haben auf jeden Fall Erling Haaland am Start. Das ist schon mal geil vom Rating her. Und wen haben wir dahinter? Wen haben wir dahinter? Bosenik. Oh, den habe ich schon so oft auf meinen Account gezogen. Der ist bei mir schon, glaube ich, 12 Mal in irgendeine SPC gewandert. Aber wir haben sehr viel Rating hier drin. Und ich habe ja gesagt, die werden auch SPCs abschließen. Deswegen schauen wir mal, welche SPCs es denn heute so gibt. Wir sehen, es gibt noch Icon-Picks. Die liebe ich ja, ne? Aber sind eigentlich momentan eher, weil es viel geilere Spieler gibt. Aber wenn man ein Pack-Lack hat, sind die immer noch gut. Es gibt ein garantiertes Path-to-Glory-Pack. Es gibt auf jeden Fall ein paar gute Packs, die wir heute auch noch hier auf dem Account abschließen können. Aber das Wichtige ist, Profis. Araujo, sehr krass. Könnten wir eventuell machen. Xavi Simmons, auch stark. Garnacho, mache ich auf jeden Fall als Favorit. Den werden wir safe-safe abschließen. Was eine krasse Karte. Mit 5-Stände-Skills, 4-Stände schwacher Fuß. Und der hat auch Potenzial, noch Upgrades zu kriegen. Martial, auch sehr cool. Bakula werden wir auf jeden Fall abschließen. Frankreich wird garantiert sehr weit kommen. Und deswegen kriegt er auch Upgrades. Wir haben noch einen Thiago am Start, der sehr cool ist. Ja, hier gibt es viele Spieler. Hier gibt es viele Spieler, die wir mitnehmen können. Womit wir das Team auf jeden Fall verbessern werden. Und damit gehen wir auch direkt ins zweite 400k-Pack rein. Mal schauen, ob wir noch eine Special-Card sehen können. Back-to-Back-Promo-EM-Karte. Wichtig und richtig. Wieder Manchester City wird angezeigt, wie eben. Diesmal bei Bernardo Silva. Und diesmal ist es Bach. Ich würde sagen, mit diesen Spielern machen wir die erste SPC fertig. Weil hier viele, viele 88er-Duplikate dabei sind. Und ich zeige euch mal, wen wir uns jetzt schon mal genehmigen werden. Ich rede von dem Franzosen Bakula. Eine SPC haben wir abgeschlossen. Die zweite machen wir jetzt mit den Duplikaten. Und damit, Freunde, haben wir auch schon den ersten richtig guten Spieler, der auf jeden Fall performen wird in der Weekend League. Ich brauche so ein paar Spieler wie ihn hier, damit ich auch ein gutes Ergebnis holen kann. 99 Tempo ist sehr geil. Und wie gesagt, das ist eine Live-Karte. Der kann auch Upgrades bekommen. Ich verbessere mal kurz das Team, so gut es geht. Ich bin ganz ehrlich, auch mit den Spielern sieht das Team noch nicht gut aus. Deswegen müssen wir weiter ackern und weitermachen. Wir machen weiter mit den 600-K-Packs. Ich weiß nicht warum, aber es gibt hier drei verschiedene 600-K-Packs. Das ist völlig verrückt. Wir gehen mal rein in das linke 600-K-Pack. Und es ist wieder eine EM 2024-Karte. Wer ist es? Wen haben wir? Doppelt, doppelt, doppelt. Scheschko von RB Leipzig mit einem 95er-Rating. Das ist stark. Ich glaube, der war auch 300-400K wert, zumindest gestern. Ich weiß nicht, was der heute wert ist. Wir checken das ab und das Pack war tradable. Das heißt, theoretisch könnten wir den verkaufen. Wir werden ihn natürlich behalten, weil wir mit dem spielen werden. Aber wir könnten ihn verkaufen. Und ich glaube, er ist um die 150 noch wert. Zwischen 150 und 170. Irgendwie sowas. Das ist stark. Villa Miller ist da noch tradable drin gewesen. Und viele andere Spieler. Ich verkaufe den Rest. Den Rest verkaufe ich. Also was nicht in die Startelf kommt, verkaufe ich. Guck mal, sowas ist nämlich gut. Mit sowas kann ich arbeiten. Da können wir nämlich jetzt Scheschko hier vorne reinstellen. Und haben da einen super Stürmer, der auf jeden Fall auf Kopfball stark ist und so weiter. Ein paar Bälle festmachen kann. Und den Bruder kann ich, glaube ich, so ein bisschen mit Oblak linken. Ich glaube, das bringt auch was. Musiala leider nicht in der Informkarte. Du bist es nicht, Musiala. Du bist ein Top-Typ in Real Life. In FIFA hast du jetzt noch nicht so krasse Karten, die man gut spielen kann. Aber trotzdem, du bleibst ein Top-Typ. Krass, dass dieses Pack tradable ist. Alle guten Dinge sind zwei. Wir machen auch dieses 600k-Pack zweimal auf. Und vier Packs haben wir gezogen. Vier Promokarten haben wir gezogen. Vier Eventkarten. Let's go. Let's go. Villa Miller, wieder Villa Miller. Immer Villa Miller. Dahinter ist aber noch jemand. Oder war es das jetzt? War es das jetzt? Da ist noch jemand. Und das ist Illich. 91 Tempo, 91 Schießen, 95 Passen, 94 Dribbling. Das Ding ist, die Stats sehen immer krass auf den Karten aus. Die Frage ist, ob sie auch so spielen. So, was ist der Wert? Auch nur 40. Auch nur 40 Glocken. Okay, okay, okay. So, der Mann kommt auf die Transferliste und der Mann auch. Stellt euch mal vor, wir ziehen hier heute auf dem Account so einen Van Dijk oder so einen Raphael Leao oder sowas. Wow, ich wäre so glücklich. Ich wäre so verdammt glücklich. Illich kommt hier auf jeden Fall auch für Bruno Fernandes rein. Um die Chemie kümmern wir uns später, Freunde. Wir machen erstmal alle hier rein. Sehen damit, was wir arbeiten können. Und dann kümmern wir uns am Ende um die Chemie. Alter, rattern die FC-Points runter. Ich habe nur noch 4.000 FC-Points von dem ersten Rundi. Und ich glaube, diese 4.000 FC-Points benutzen wir fürs erste 650k-Pack. Jetzt kann es komplett knallen, weil in diesem Pack sind 30, 85-Plus-Spieler. Irgendwie noch 5 davon mit 88-Plus. Nochmal 2 garantierte Promokarten. Und dann nochmal einer davon mit garantiert 93-Plus. Also völlig, völlig verrückt. Und ich würde sagen, wir machen nicht nur ein Nose-Pack. Nicht nur ein Konfetti-Kanonen-Pack. Sondern wir setzen unseren Afro auf. Ein Horn hat die Konfetti-Kanone in der Hand. Und die Nase des Pack-Lacks macht das Pack auf. Meine Nase. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Afro, Einhorn, Nase des Pack-Lacks. Konfetti-Kanone. Alles am Start. Mittelstädt. Mittelstädt. Und Johnston. Oh mein Gott, das sah viel krasser aus, als es war. Das sah viel krasser aus, als es war. Einhorn nichts gebracht. Konfetti-Kanone nichts gebracht. Afro nichts gebracht. Oder ist da was hinter? Oder ist da was hinter? Bro! Bro! 1, 2, 3, 4, 5. Plus de Bräune. Plus bei den Duplikaten bestimmt noch was. Nein. Ah, ich weiß nicht. Für 4000 FC-Points erwartet man bessere Sachen. Mittelstädt kostet um die 100k. Was ist mit diesem Lenormand? Der kostet auch nichts. Hat der Waschbär? Der hat Waschbär. Okay, das ist ein guter Endverteidiger. Den spiele ich. Und der Bruder hat eigentlich nicht die besten. Playstyle Plus. Für einen Angreifer. Ah, geht klar. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Ein paar gute Spieler gezogen. Aber wir wollen diese Kracher sehen. Wir wollen diesen Tommy so glücklich machen, wie er es sich nicht mal vorstellen kann. So glücklich soll er sein am Ende, wenn er auf seinen Account kommt. Er sollte auf einmal so einen Van Dijk sehen. Er sollte auf einmal so die krassesten, der krassesten Spieler sehen. Ich weiß jetzt nicht mal, wen ich spielen soll. Grimaldo oder Mittelstädt. Die sind halt beide sehr cool. Ich tue jetzt aber mal, weil Mittelstädt neuer ist, Mittelstädt rein. Grimaldo ist aber auch sehr geil, ne? Johnston. Ja, okay. Der kommt hier nochmal auf die rechte Seite. Und der Bruder kommt vielleicht sogar hier für Richarlison rein. Wegen der Chemie. Ich weiß es nicht. Was ist mit dem? Mit Sanchez. Hat auch eine gute Karte. Egal, wir lassen es so. Tommy, ich habe nochmal ein 100er aufgeladen. Nochmal 12.000 FC-Points. Und wir gehen rein in die 600k-Packs. 100 mal 83 plus. 183 plus Spieler. Alter. Wow. Junge, 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 Junge. Ich kann das doch alles nicht mehr. Was ist im ersten 600k-Pack drin? Vila, Mila. Ich kann ihn schon gar nicht mehr sehen. Ich sage doch, der ist in jedem Pack drin. Und dahinter. Mittelstädt, oder? Ne. Ugate. Den hatte ich heute noch gar nicht hier auf dem Account. Und Ugate ist auch so ein Klassiker, den man immer zieht. Ugate, Vila, Mila, Rodri. Okay, mit diesen Spielern machen wir jetzt halt SBCs. Das ist jetzt halt so das Ziel. SBCs damit abzuschließen. Schon krass, dass ihr von jedem Pack immer zwei Stück im Shop stellt. Das heißt, man kann jedes Mal zwei Stück ziehen. Das ist so teuer eigentlich. Aber wir haben auch jedes Mal Promokarten dabei. Das fühlt sich mal schon sehr geil an. Muss man echt zugeben. FC Bayern. Harry Kane. Der Typ ist verflucht. Wenn England nicht Euro 24 holt, der ist der Team wirklich verflucht. Der kann keine Titel holen. So, wer ist hinter Harry Kane? Sosa. Sosa. Kroascha. Boah, die haben von Spanien gut auf Kopf bekommen, ne? Alter, haben die auf Kopf bekommen. Das war hart. 3-0 ist eine Ansage. Ich dachte echt, das wird ein 1-1. Aber Spanien hat echt performt gegen Kroatien. Muss man zugeben. Freunde, es wird Zeit, ein paar Spiele aus dem Verein abzugeben, die wir eh nicht spielen werden. Vila, Mila, Ba und die Bayern-Innenverteidigerin werden abgegeben. Und wir haben den nächsten krassen Bänger abgeschlossen. Alejandro Ganaccio. Was eine Karte. Ich habe Bock, mit der Karte zu spielen. Ich bin ehrlich, das wird verrückt. Das wird richtig verrückt. Okay, jetzt haben wir auf dem Flügel-Position schon mal richtig gute Spieler. Im Sturm haben wir Shesko. Wir haben da auch noch einen Richarlison aus der Evo am Start. Also vorne haben wir auf jeden Fall gute Spieler. Die Frage ist, was jetzt hinten gleich passiert. Und hier haben wir noch ein paar Duplikate, die wir jetzt für andere Sachen abgeben können. Ah, hier sieht man, es hat man noch ein paar Spiele aus dem Team abgegeben. Also da brauchen wir noch mal Neuzugänge gleich, okay? Wir brauchen gleich noch mal Neuzugänge. Wir haben jetzt aber auch noch Ugate hier und Sosa. Die haben wir auch noch nicht reingetan gehabt. So, Ganaccio kommt auf jeden Fall hier für Sancho rein. Dann kommt Ugate hier in ZM rein. Das gibt auch noch mal plus 5. Und Sosa kann leider nicht LV. Das ist auch sehr belastend. Wir können aber den Bruder hier in die Innenverteidigung ziehen. Und dann Sanchez vielleicht auf RV zocken. So könnte das Team erst mal aussehen. Wollen wir noch mal dieses andere 650K-Pack ziehen, um zu sehen, ob wir was Geiles ziehen oder nicht. Aber bevor wir das 650K-Pack öffnen, habe ich jetzt hier so ein Path-to-Glory-Pack abgeschrieben. Geschlossen mal schauen. Path-to-Glory hat viele krasse Spieler. Viele, viele krasse Spieler. Also wirklich richtig gute Spieler. Und auch oder was? Ne, von Dortmund? Füllkrug. Füllkrug, kann der was? 94 über Füllkrug. Kann der was? Ist jetzt die Frage ingame. 93 Tempo, 95 schießen. Was hat der? Finesse, First Touch und in der Luft. Wieder so ein gleicher Stürmertyp, wie wir schon haben. Okay, dann wird es jetzt Zeit. Wir öffnen jetzt noch dieses 650K-Pack. Dann verbessern wir das Team nochmal und dann gehe ich erstmal rein in die Weekend-League-Quali und gucke, welche Spieler gut sind und welche Spieler nicht so gut sind. Und dann können wir nochmal ein paar Packs öffnen. So, 650K-Pack. 4.000 FC-Points. Linksaußenverteidiger. Stuttgart. Mittelstadt. Wer ist die blaue Karte dahinter? Das muss ja irgendwie ein 94er Plus sein. Bitte nicht irgendwie wieder so ein Rechtsverteidiger Johnson oder so. Also, bitte nicht Johnson, bitte nicht Johnson, bitte nicht Johnson, bitte nicht Ugarte, Bro. 650K-Pack. 4.000 FC-Points. Das sind 40 Mücken. Ich zieh bar. Bosinic. Und dann irgendwelche Ugartes und Mittelstädts. Ohne Sinn, Bro. Wirklich ohne Sinn. Das macht gar keinen Sinn. So, Freunde. Frust wegen den Packs. Deswegen habe ich jetzt aus Frust nochmal eine SPC abgeschlossen. Kurz und knackig. Thiago-Flashback. Super Karte. Vielleicht kann man den gebrauchen. Super Sub oder vielleicht sogar in der Start-Helf. Ich stelle jetzt mal das Team auf, so wie wir spielen werden. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar FIFA-Points übrig. Und ich kann auch nochmal aufladen. Also, wir gucken mal, was die nächsten Tage noch so an Packs rauskommt. So, was liegt denn hier noch so im Verein jetzt rum? Füllkrug. Ja, cool. Thiago. Ja. Bar haben wir wieder gezogen. Und Boosian. Ja. Ich glaube, Thiago tue ich sogar rein. Äh, für den Bruder hier. Wobei ich Ilic aber besser finde eigentlich. Aber wir brauchen halt auch die Chemie. Grimaldo gibt nochmal plus 1 Chemie. Deswegen tun wir den wieder rein. Mit Ilic, der tut mir leid. So sieht das Team jetzt erstmal aus. Damit zocken wir mal die Quali. Und dann gucken wir mal, wer performt und wer nicht performt. Wer rausfliegt und wer drin bleibt. Erstes Game. Erster Rage-Quit. Weekend-League-Quali sollte kein Ding sein. Die mache ich kurz fertig und dann sehen wir uns wieder, okay? Also, das müsst ihr ja nicht euch mit reinziehen. Ihr seht jetzt auch. Wir haben direkt gewonnen. Easy peasy. So, Freunde. Wir sind durch mit der Weekend-League. Ich sage euch ehrlich. Scheschko, 25 Spiele, 31 Tor-Beteiligung. Machor. Richarlison, Machor. Garnaccio, Machor. 25 Spiele, 7 Tore, 6 Tor-Vorlagen. Thiago, richtiger Macher. Also, der hier, Johnston, richtiger Macher. Ey, das Team hat sich richtig gut gespielt. Ich bin ehrlich. Ihr kennt das von mir nicht anders, Freunde. Jetzt werden nochmal 2, 3 Games verschenkt, wo ich auch ein Eigentor mache. Diese Weekend-League hat mir sogar jemand einen Sieg geschenkt. Das erste Mal seit langem, dass mir jemand einen Sieg geschenkt hat. Weiter so, Freunde. Weiter so. Immer Eigentore schießen und dann rausgehen. Und habt ihr gerade seinen Namen gesehen? Er heißt Lauch mit Bauch. Habe ich auch irgendwann gemerkt. Hier sieht man es nochmal, wenn ich Start drücke. Lauch mit Bauch 1. Junge, FIFA hat sich aufgehangen. Ich kann nicht weiter drücken. Es gibt jetzt Weekend-League-Rewards. Und dann lade ich nochmal auf und nehme die Shop-Packs mit, die gekommen sind. Das sind unsere Weekend-League-Rewards, Freunde. Wir fangen an mit diesen 1 von 3. 84 plus Länder-Picks. Mal schauen, was daraus kommt. 88er Grießmann hat sich ja eben verletzt. Bei der EM im Spiel. Aber ich glaube, da ist alles gut. Nächster Pick kommt schon eine Special-Karte. Wissen SPC-Futter nochmal für den Mann. Aber die beiden Picks müssen jetzt eskalieren. 1 von 3. 94 plus Foot Champions Ultimate Tots Karten. Wir gehen rein in Pick Nummer 1. Und wir ziehen. Uuuuh. Die Maria und die Clint Rice. Das sind zwei W-Spieler. Ich weiß nicht, wen von beiden ich mitnehmen soll. Die Maria ist ein richtig geiler Zehner- oder Flügelspieler. Aber Rice ist ein richtig geiler Sechser. Oh, jetzt weiß ich nicht, wen ich mitnehmen soll. Ja, ich nehme Rice mit. Er kostet auch 250k oder so. Also er ist auf jeden Fall nochmal teurer als die Maria. Da machen wir nichts mit falsch. Hätte ich den schon von Anfang an gehabt, wäre es echt geil gewesen. Naja. Schauen wir mal, was aus Pick 2 rauskommt. Mit der Nase des Päcklachs. Mit der Nase des Päcklachs. Mit der Nase des Päcklachs. Rice zum Zweiten. Aber dann noch Mo Salah. Und Valverde, Doste, Verdos, Dicherdos, 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 Dicherdos. Bro, Salah über eine halbe Million und Valverde auch über eine halbe Million. Das ist krass. Okay, wir haben gerade ein ZM mitgenommen. Äh, Rice, dann nehme ich jetzt noch Salah mit. Was ist das denn? Was ist das denn, Bro? Was zur Hölle? Sind das für Päcks? Weekend League lohnt sich einfach. Lohnt sich einfach zur jetzigen Zeit. Krass. Okay, dann schauen wir mal, was aus den anderen Packs noch rauskommt. Wir haben hier auf jeden Fall noch einige geile Packs am Start. Erstmal das ultimative Pack. Leider nichts. Das können wir direkt skippen. Schade, dass hier nie was rauskommt aus diesen Packs, ne? Diese Spieler kann ich alle verkaufen oder in den Verein tun. Was haben wir denn noch bekommen? Dieses 3x85 Plus Pack ist auch tradable. Leider keine Special Karte. Wird dann natürlich geskippt. Wer waren die Spieler? Wieder Bruno Fernandes. Ossi, Mann. Ach komm. Das Ding ist, die Spieler sind nur 9K-Wert, ne? 88er Karten sind 9K-Wert. Ich kann das doch alles nicht. Ist das verrückt. Ich bin auch gespannt, was EA für Packs released hat. Wir werden gleich noch in die Packs reingehen, um das Team nochmal maximal zu verbessern. Dieses 50K-Pack auch keine Special Karte. Also es geht eigentlich immer nur um die Packs. Oder dann halt ums 3er Set oder so. So, aber jetzt upgraden wir nochmal das Team. Bin ich ehrlich? Da müssen die Upgrades nochmal rein. Alter, Rice und Mo Salah. Die sind nochmal dazugekommen. Hier einmal Rice und hier einmal Mo Salah. Schmeckt. Ich weiß Realtalk nicht, wen ich raustun soll, ne? Also der Mann auf jeden Fall. Ugarte war aber auch nicht schlecht. Und Bakula war auch nicht schlecht. Soll ich Salah da reintun? Ich mach's jetzt erstmal. Und der Mann kommt ganz vorne auf die Bank, damit er den auch direkt sieht, wenn er auf den Account rauf geht. Oder in Sturm. Für Shesko vielleicht. So? Ich weiß es gar nicht. Shesko war aber auch krass. Wir machen's so. Richarlison kennt er ja schon. Dann tun wir den noch vorne mit rein. Pass. Und jetzt gehen wir nochmal in die Promo-Packs. Schauen wir mal, was noch rausgekommen ist. Wir gehen mal nach ganz hinten. Und 650 K-Packs sind zurück, Freunde. Ja, 98%-ige Chancen. Wir gehen rein. 4.000 FC-Points werden nochmal rausgekloppt. Come on. Come on. Belgien. Innenverteidiger. Stade. Renan. Theater. Theater. Und Mudrik. Mudrik kostet, glaube ich, auch knapp eine halbe Million, wenn er nicht krass gesungen ist. Das ist auch nochmal sehr geil. Auch nochmal ein sehr geiles Upgrade fürs Team. Und Villa Miller ist wieder da drin. Mudrik-Preisvergleich. Hier sieht man's. Okay. Über 300 K ist er noch wert. Ich schätze mal ungefähr wie er. 350 bis 370 K. Ist doch auch nochmal sehr, sehr schmackhaft. Theater. Ein geiler Innenverteidiger. Den hätte ich gerne vorher schon gehabt. Aber ja. Ging auch so klar. Ich hab auf jeden Fall rausgefunden, Freunde. Die 4-3-2-1 ist es wieder für mich. Ich hab 4-4-2 gespielt. Ich hab 4-3-3-4 gespielt. Und dann am Ende hab ich die letzten Games alle mit 4-3-2-1 gespielt, weil die Formation war die beste. Und dann schauen wir nochmal, was hier aus dem 300k-Pack rauskommt. 181-Plus-Spieler. Keine Special-Karte. Was? Als ob jetzt. Dann wenigstens ein bisschen SBC-Futter. Wichtig und richtig. Denn ich hab gerade noch eine SBC angefangen. Ich bin gerade in der SBC drin und sehe gerade, was für einen Verein der Mann inzwischen hat. Tommy wird, glaube ich, so krass glücklich sein. Wie viele SBC-Karten, wie viele High-Rated-Karten. Der Verein ist stacked, Bro. Der Verein ist so stacked. Und wir machen jetzt hier gerade noch eine weitere SBC. Da wir noch nicht genug Flügelspiele haben, Xavi Simmonds noch abschließt. Xavi Simmonds braucht man einfach im Verein, ist doch klar. Gesagt, getan, Freunde. Niederlande. ZOM. RB Leipzig. Hoffentlich nicht bald wieder Paris. Und es ist Xavi Simmonds. Ai, 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 ai. Niederlande muss sich auf jeden Fall straffen. Die müssen sich straffen, damit sie weit in der EM kommen. Aber diese Karte muss man trotzdem haben. Der wird so krass Upgrades bekommen, falls Niederlande weit kommt. Ja, Mann. Den tun wir hier noch irgendwie auf die Bank. Ich weiß gar nicht für wen. Für Sosa, glaube ich, tun wir den hier drauf. Mudrik müssen wir auch noch für irgendjemanden reinkloppen. Ich denke mal für Sancho. Und Theata muss noch hier in die Innenverteidigung für einen von den beiden. Ich denke mal so. Und damit sind wir auf dem Account von Tommy durch. Ich hoffe, er wird glücklich. Lasst gerne ein Like, der wenn ich auch euren Account verbessern soll. Und natürlich auch kostenlos abonnieren, Freunde. Ich meine, so sah das Team am Anfang aus. Und so sieht das Team jetzt aus. Das ist ein kompletter Unterschied, oder nicht? Boah, das war geil auf dem Account. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.